Hallo, mein Name ist Serena und ich bin 35 Jahre alt. Obwohl ich sportlich viel unterwegs bin, habe ich in den letzten Jahren an Gewicht zugenommen, was mich sehr unzufrieden macht. Ich fühle mich auch nicht mehr gleich fit wie früher und somit auch in meinem Körper sehr unwohl. Denn ich kannte Hit the Beats schon und ich fand die Musik und die Workouts schon immer mega genial. Mein Ziel ist es, fitter und stärker zu werden und somit meine schlanke und definierte Figur zurückzubekommen. Hallo, ich komme gerade vom Training. Das war jetzt die sechste Woche. Es ist wirklich sehr, sehr streng. Das Training wurde länger und härter. Aber dafür ist der Blick im Spiegel umso positiver und das ging ja kraft für die nächste Woche. Peace out! Im zweiten Beat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Musik ist so geil. Liebe ich einfach Hit the Beat. Die Übungen, die Workouts sind so, machen so Spaß. Klar gab es auch hier mal Videos oder Workouts, die so schwierig waren. Wo ich dachte, das kann ich nie. Aber mit der Zeit habe ich es durchgezogen. Das ist schon krass. Mit 35 Jahren habe ich zum ersten Mal so richtig etwas gemacht, wo ich immer noch nicht glaube, dass ich es durchgezogen habe. Was soll ich sagen, ich fühle mich mega gut, ich fühle mich fit, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich habe gelernt, dass ich doch diszipliniert sein kann, wenn ich etwas wirklich will. Es hat geklappt und ich bin mega, mega stolz. Und ja, wirklich, wenn ihr die Chance bekommt, mal das zu machen und ihr etwas ändern möchtet, dann macht das. Weil ihr seid dann immer sehr gut. Ihr könnt das auch durchziehen. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Peace out! Amen. Amen.